Am Freitag ist es soweit, dann starten die Herbstmessen. Gleich vier Veranstaltungen könnt ihr an diesem Wochenende besuchen. Zum einen die Familie und Heim, die Mineralien, Fossilien und Schmuck, die Autotage Stuttgart, die übrigens Premiere feiern und mein ganz persönliches Highlight, die Elmöl, Deutschlands große Heimtiermesse. Guck mal hier, schau, schau, schau. Assi, 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 Assi. Die Vorbereitungen zur Animal laufen bereits auf Hochtouren. Wir befinden uns momentan im Trainingslager. Hier üben Bulldoggen und Möpse für den großen Animal Cup am Wochenende. Der rennt immer weg, ne?